Die Firma Redmond stellt den Multischnellkocher M110E vor. Der Multikocher bereitet für Sie eine Vielzahl von Schmackkraften und gesunden Gerichten zu und schenkt Ihnen viel Freizeit. Der Multischnellkocher Redmond M110E ersetzt eine ganze Reihe von Küchengeräten. Den Herd, den Backofen, den Brotbackautomaten, den Dampfgarer und weitere Geräte, sodass Sie Geld und Platz in der Küche sparen. Der Multischnellkocher Redmond M110E bereitet Gerichte mit der Dampffunktion zweimal schneller zu als herkömmliche Dampfgarer und erhält alle Vitamine und Nährstoffe. Dank dem Mehrstufensicherheitssystem ist er hundertprozentig sicher. Die antihaftbeschichtete Schale ermöglicht es, mit einer geringen Menge an Öl oder sogar ohne Öl zu kochen. Alle Ihre Gerichte werden schmackhaft und gesund. Der Redmond M110E kocht automatisch. Geben Sie einfach die Lebensmittel in die Schale und stellen Sie das entsprechende Programm ein. Das Ergebnis nach der Kochzeit ist ein hervorragendes und gesundes Essen für Sie und Ihre Familie. Im Redmond M110E sind 55 automatische Programme vorprogrammiert, um Suppen, Breie, Hauptgerichte, Beilagen, Getränke und so weiter zuzubereiten. Darunter gibt es auch spezielle Programme. Das Programm Wild ist für die Zubereitung von Gerichten aus Wildfleisch und großen Fleisch- und Geflügelstücken bestimmt. Das Programm Popcorn ist für die Zubereitung von knusprigem, luftigem Popcorn bestimmt. Der spezielle Modus Chefkoch ermöglicht es, selbstständig die Kochzeit von 2 bis zu 99 Minuten einzustellen. Sie können die Einstellungen für traditionelle Familiengerichte, für originelle, moderne Rezepte aus dem Internet auswählen oder Ihre eigenen Kreationen kochen. Im M110E gibt es auch die beliebten Funktionen, die die Verwendung des Multikochers noch bedienungsfreundlicher machen. Zum Beispiel die Startverzögerung, das Aufwärmen, die Autoaufwärmfunktion, sowie die vorläufige Unterbrechung dieser letzten Funktion. Zum Lieferumfang gehören der Dampfeinsatz mit Untersatz, der Frittierkopf, der Messbecher, ein Set mit Spatel und Schöpfkellen, sowie ein Kochbuch, 100 Rezepte, das vom Kochteam von Redmond zusammengestellt wurde. Der Multischnellkocher M110E ist der Profi in Ihrer Küche.